Hallo, wir sind Grenzornden Dresden. Wir als Wirtschaftsprüfer beraten unsere Mandanten mit Leidenschaft, Empathie und auf Augenhöhe. Mit der Wirtschaftsprüfung kannst du ein Unternehmen komplett kennenlernen, in jeder Hinsicht. Du lernst ganz viele verschiedene Prozesse kennen und verstehen vor allem. Also ich merke, dass meine Kollegen und besonders mein Chef ihre Arbeit halt gerne machen. Wir haben uns spezialisiert im Wesentlichen auf öffentliche Unternehmen und Gesundheitsdienstleister und das bringt mit Wissen im Bereich HGB hauptsächlich. Das flexible Office bezeichnet im Prinzip drei Arbeitsorte, einmal im Büro, dann noch beim Mandanten vor Ort oder auch im Homeoffice. Wir versuchen unseren Mandanten als Sparingpartner im Rahmen der Prüfung zu sehen und Hinweise zu geben, auch vielleicht Verbesserungsvorschläge und nicht nur der Prüfer zu sein, der nach Fehlern sucht. Bist du neugierig geworden? Teilst du unsere Leidenschaft für Wirtschaftsprüfung und Beratung? Dann bewirb dich bei Grenzornden am Standort Dresden. Herzlich willkommen in unserem Team.